Es läuft alles auf einen entscheidenden Siebensatz hinaus. Nach 0 zu 3 Rücklage sieht es jetzt ganz danach aus, als würde Schwitsche, hat man diesen Satz im Schongang gewinnen können. Möglicherweise spart sich Steffen Kümmer jetzt schon die Luft für den Entscheidungssatz. 4 zu 8. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 15. 15. 15. 16. 16. Ausgleich, das 3 zu 3, Richi Hartmann zurück im Spiel und der langjährige Doppelpartner von Steffen Körner. Ein ausgewiesener Taktik-Fuchs gibt die letzten Ratschläge. Und Steffen macht nochmal Power. Ganz anderes Tempo als in den beiden vorangegangenen Sätzen. Vielen Dank.